Und nicht mehr so trocken, nicht mehr so hart. So was, um die 100.000 Kilometer. Ich bin fix und fertig, der am schlimmsten aussah. Nicht wie aus der Fabrik. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es meinem E500 an Kragen und zwar im Innenraum. Da werden wir ordentlich was rausholen aus unseren Ledern sitzen. Ihr wisst ja, 270.000 Kilometer lässt so ein Auto ja nicht ganz spurlos an sich vorbeigehen. Vor allem im Innenraum sieht man das ja, obwohl die Innenräume ja gut 500.000 laufen. Deswegen sollte das kein Problem sein. Allerdings zum Reinigen brauchen wir natürlich ein paar Sachen. Eigentlich mal. Natürlich nicht gesponsert. Einmal die Lederpflege A1 Dr. Wax Serie und davon auch der Lederreiniger. So, das Ganze. Meine Empfehlung habe ich schon oft gemacht mit einem Radierschwamm. Kombination mit Wasser. Und dann zum Saubermachen ein Mikrofasertuch. Kurzflorig zum Rückstände abnehmen von der Lederpflege. Dann das Ganze trocknen mit einem Baumwolltuch. Ist egal. Und dann für die Lederpflege dasselbe auch nochmal. So, zurück zur Lederpflege. Hier brauchen wir dann ein Applicator Pad zum Auftragen. Und damit lässt sich dann eigentlich relativ gut arbeiten. Was ich euch zeige, ist das Lenkrad. Das sieht recht bescheidend aus, um das mal auf Deutsch auszudrücken. Wir haben hier auch ein paar Abnutzungsspuren. Normal bei 270.000. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ein bisschen Lack fehlt. Aber ich denke mal, da lässt sich noch einiges mit der Pflege- und Schrägstrichreiniger rausholen. Ja, zum Fahrersitz. Er glänzt. Ja, ihr seht's. Ich hoffe, man sieht's, dass er glänzt. Wie sich jetzt am meisten gespannt, wie der dann aussehen wird, wenn wir den reinigen. Beziehungsweise das glänzt auch ordentlich. Was der so rausholt. Und ich habe ja schon ein bisschen anprobiert. Deswegen weiß ich ungefähr, wer rauskommen wird. Der Wahlhebel genauso. Beifahrersitz finde ich jetzt nicht so schlimm. Glänzt auch nicht. Aber ein bisschen. Deswegen muss man da auch drüber gehen. Hinten dasselbe. Also da sieht man schon im Vergleich zu hier einen direkten Vergleich. Hier ist das ja auch relativ... Ja, man sieht, man hat Abspurungen vom Lack. Das ist wirklich minimal. Das sieht wirklich jetzt wieder richtig frisch aus. Richtig gut auch im Vergleich zu hier oben. Genau, das soll so ein kleines Aufbereitungsvideo sein. Wenn euch sowas gefällt, gerne ein Like dalassen. Abo wäre auch erwünschenswert. Dann würde ich sagen, let's go. Also, ich erkläre es euch mal ein bisschen. Ihr nehmt den Schwamm. Nehmt Lederreiniger. Ein paar bisschen drauf träufeln. Ein paar Tropfen. Genau, und dann geht man ganz einfach hier ganz vorsichtig rüber. Nicht zu stark. Ich drücke ganz wenig nur. Und dann funktioniert das Ganze natürlich schon. Wir sehen, extremen Dreckabrieb. Also, ich hoffe, ihr kennt's. Also, ist schon ordentlich was da runterkam. Gerade. Tun wir das Ganze ins Wasser. Nimm unseren feuchten Lappen. Und machen das Ganze mal sauber. So, und jetzt mit dem Baumholtuch sauber machen. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Okay. Also, das ist mal mehr als überzeugend, finde ich. Das glänzt nicht mehr. Das sieht wirklich wieder top aus. Alter Schwede, es sieht das gut aus. Da freue ich mich drauf. Also, ich mache das schon ordentlich was her. So, jetzt habe ich mal ein bisschen gereinigt, Leute. Schaut mal an. Ai, ai, ai. Wie sauber das jetzt ist. Ich werde da wahrscheinlich noch eine kleine Tour drüber ziehen. Noch eine. Ja, ich glaube, man sieht schon. Das glänzt hier in der Mitte alles noch. Und hier schön matt ist. Wir werden dann auf jeden Fall nochmal drüber gehen. Erstmal mache ich den kompletten Sitz. Oh ja, hier sieht man, wie das glänzt. Das müssen wir nachher als Referenz benutzen. Dann bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Naja, man sieht es auch hier. Noch alles speckig. Und jetzt mache ich mal den gesamten Sitz. Unten bin ich schon komplett fertig. Man sieht es, glaube ich, auch. Der Fahrersitz ist beendet. Es glänzt nichts mehr. Es ist alles sauber. Hier an der Ecke war auch noch alles dreckig. In meinen Augen sieht das schon ordentlich aus. Und vor allem auch akzeptabel. Also fangen wir hier mal an. Man sieht es hier ganz deutlich. Hier ist glänzend noch. Und jetzt das Lenkrad. Schaut euch mal den Vergleich an. Glänzend zu matt. Ich zeige es euch mal komplett. Klar, wir haben hier noch den Abrieb. Das habe ich euch ja vorher gesagt. Aber es sieht an sich jetzt viel, viel besser aus. Und jetzt kommen wir hier in den glänzenden Bereich wieder rein. Hier ist halt alles matt. Klar, den Abrieb, wie ich vorher gesagt habe, da fehlt Farbe. Ich bin jetzt hier auf der Fahrerseite komplett fertig mit Lederpflege. Hier überraschend Lederpflege drauf. Und jetzt fühlt sich das Leder auch wirklich richtig, richtig geschmeidig wieder an. So wie es sich anfühlen soll. Und nicht mehr so trocken, nicht mehr so hart. Richtig geschmeidig fühlt sich das an. So wie es sich halt anfühlen soll. Glänzen tut es auch nicht. Das ist perfekt. Wo es hier vorher richtig geglänzt hat, es glänzt jetzt gar nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Knapp viereinhalb, fünf Stunden jetzt gearbeitet. Sauber gemacht. Alles schön. Und jetzt bin ich wirklich komplett fertig. Und jetzt kommt das Show it off für euch. Wir fangen mal vorne auf der Beifahrerseite an. Schöne Fußmatte habe ich gekauft. Zwar keine Originalen mit schöner Steppung. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aus Velour. Schön weich. Jetzt glänzt wirklich sehr, sehr schön. Keine Fettfingerflecken mehr oder irgend sowas. Nichts. Alles glänzt, wenn dann nur. Und sieht sehr, sehr schön aus. Schön satt schwarz. Macht ordentlich was her. Wenn man das Ganze mal zum Anfang vergleicht vom Video. Sehr, sehr dicht und sehr, sehr schön. Leder, wie gesagt, sehr weich. Macht auch ordentlich was her. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Was ich noch gemacht habe, ein bisschen Gummipflege auf die Gummis getan. Zum Fahrerbereich, der am schlimmsten aussah. Hier im Vergleich, kein Vergleich zu sehen zu vorher. Hier alles schön speckig gewesen jetzt. Sieht das alles sehr, sehr schön aus. Und vor allem sehr, sehr sanft. Es glänzt gar nichts mehr. Also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das kann natürlich jeder von euch auch machen. Deswegen habe ich das Video auch gemacht. Man braucht natürlich da ein bisschen das Equipment dazu. Und vor allem die Geduld, da durchzuhalten. Und es sauber zu kriegen. Aber ich glaube, die hat sich bei mir auf jeden Fall ausgezahlt. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, lasst mir ein Däumchen da. Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Und hat euch vielleicht eventuell weitergeholfen. Macht's gut, haut rein. Ciao.